Wie schnell ist Familie Sasik beim Abraumen von einem Tisch, wo alles zu blank ist und vorher ist alles im Chaos. In wie vielen Minuten sind wir fertig? Drei. 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 Aber wir haben es den ganzen Tag. Das ist mehr als sonst. Also, bist du visioniert? Ja, ja, ja. Mission. Also. Mission, cool. Echt dort. Fertig. Sind wir visioniert? Ja. Los. Das ist ein unglaubliches Phänomen. In welchem Text hier läuft, sind sie schon händen dran. So. Der Nächste. Der Nächste. Es wird geschaffen. Jeder hat seinen Teil. Der Nächste. Der Nächste kommt. Der Nächste. Es läuft wie ein Spiffi-Wetter. Der Nächste. Der Nächste. Der Nächste. Und der Nächste. So. So läuft hier alles. Jeder kennt seine Handkrieg. Jeder hat seine Handkrieg. Sie haben 7.8 Sekunden. Schauen wir, was hier oben kommt. Hier wird kurz, hier links drehen. Hier wird die Wüste drinnen. Fisch genommen. Und hier ist der Kuch. Vorne geht es rauf in die Kuchel. Jede Handkrieg. Als английes Wie sagen Sie? Das ist schon drauf. Wie ist es da? Die Uhr fertig sind aus dem Mucki. Die Uhr fertig sind aus dem Mucki. Schau da schnell was Dave an. Die Uhr fliegelt es da. Mach die ab, ich du die. Duh, ich du die. Duh, du die. Da du wir in, du die. Ja. Hahaha. Alle Ure Bergen sind in der Zuhause. Wie gibt es die Mille zu haben? 2.20 Minuten. Ja, raus her, raus her. Die ist noch einfach 20 Minuten. Wir haben 2'35 Minuten. Das letzte Skier. 2'49 Minuten. Das ist Blitzklang mit 2'56 Minuten.